Jüraj, mächtig Probleme mit dem Tore schiessen, ansonsten heute eine kämpferisch starke Leistung. Woran hapert es derzeit? Ja, wie du gesagt hast, ganz klar hat es die Chance, warum nicht auswerten im Moment. Ich sage jetzt mal, das war heute unser bestes Spiel, 60 Minuten solid durchgespielt, Unglücklich ein PK bekommen und Penaltyshot, aber das war ein grosser Schritt für uns. Und jetzt müssen wir uns aufs Goal konzentrieren. Zwei Spiele nur Goal geschossen, das ist nicht akzeptabel. Und der Frust musste am Schluss jetzt auch mal raus? Ja, es gehört das Spiel dazu und ich denke, wir sind sicher für die nächsten Gegner. Danke.